jetzt können wir überall hin außer wir bleiben irgendwo hängen wusstest doch dass man sich da dranhängen kann wieder auf der ober mit gibt es jetzt so viel mehr möglichkeiten zu agieren die roboter irgendwann aufstehen ich krieg noch nicht weil ich hier wächter kriegen wir jetzt die wächter gezogen gut da muss ich ein bisschen schneller sein gut da muss ich jetzt ich bin ich bin Beinwächterchen. Ist alles für diese Kiste mit einer Karte drin. Trinken. Ich weiß immer noch nicht, was es mit diesen Karten auf sich hat. Alter, dass man da nicht wegkommt. Das ist ja mal krank. Okay, ich mag die Bombenviechers nicht. Wie hab ich hier gespeichert? Ich will nicht dich zielen. Ach, geht weg. Ran auf den Meter. Das war immer so ewig. So macht man euch. Muss ich ein bisschen rantasten? Alles verbraucht irgendwie ein bisschen was anderes. Wie ist denn hier? Was sind wir hier unten? Da ist ein Tor. Boah. Hier von hier? Nein. Ich bin wieder da runtergefallen. Ich bin wieder. Also die Rennsteuerung ist kacke. Ich bin wieder da runtergefallen. Ich bin wieder da runtergefallen. Ich weiß ja nicht warum wir ihn töten müssen, aber wir mussten es anscheinend. ich hasse diese blöden fischer und ich hasse ich auch ja wir können jetzt auf ewig stein liegen bleiben wo ist das da unten das ist das einzige möglichkeit habe sie irgendwie ein hinweis dass da irgendwo irgendwie irgendwas ist denn noch mal lang wenn man kommt lang aber mehr auch nicht was ist nicht wissen büchen büchen die weniger problem gewesen als gedacht da gibt es sicher aber ja ich bin ein kleiner okay das scheint nicht so gesund zu sein jup das mana saugt ins leben ab die nucular störe 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 da ist das wieder ein shortcut und 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 geh weg du auch wird speichern gehen wir haben die hälfte leben und nur drei flas ich bin zu vorsichtig in dem spiel also was speichern so angeht relativ aggressiv auf die andere seite ist krabby krabby scheint ein post zusammen so ok war das der boss also nicht wirklich boss sondern große krabbenbärte da war war dann doch deutlich wie sie es gibt zwei verschiedene formen von diesem krabben krabby klar dass er hier lang kommt nämlich nicht gemein pro lassen und ich habe die andere seite inventar wir brauchen dich ja wir müssen die mitbomben beeindruckt land viel jedes mal auch wenn es kacke ist und wir haben gelernt krabbis können nicht schwimmen eine versuchte windmühle hier soll man nicht lang bin ich sollte mir jetzt schon auf den sack jetzt auch noch lang was sollen wir hier machen irgendwas sind wir hier irgendwie sollen wir ja die 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 hier oder sind dass die locken tier geläutet haben aus domäne waren wir schon dies nicht oder ist das wirklich aber bloß dafür gewesen dass wir uns den hook holen alles andere ist derzeitig nur zusatz weil uns das wissen dazu fehlt aber hier ist weg dass der erste zweite zweite das heißt wieder zurück zum wir gehen jetzt wieder zurück in den anderen wie kommen wir da hoch in unserem management Jetzt bin ich hier am Arsch Ich bin dort echt gefangen Wenn die rauskommen Ich kann nichts dagegen machen Ich bin hier am Arsch So, irgendwie muss man ja da hochkommen Ja Ich bin hier noch nicht alles entdeckt Ich bin hier noch nicht Aber was solltet ihr uns bringen? Zeit verlangsammeln bringt uns gar nichts hier Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal